Jo Leute, was geht? Herzlich willkommen zu einem neuen Video und in diesem Video geht es über das große Thema Artikel 13 und ich werde in diesem Video probieren, eure Meinung ein bisschen zu ändern, warum Artikel 13 ein wenig gut ist. Und wie gesagt in diesem Video, das ist meine Meinung vom 10. Februar 2019, diese Meinung kann sich jederzeit ändern und ist natürlich auch diskutierbar. Sonst könnt ihr natürlich gerne Bewertungen gelassen, das würde mich sehr, sehr freuen. Auch könnt ihr natürlich auch disliken bis zum Umfang, wenn euch diese Meinung nicht gefällt oder liken, wie ihr wollt. Hauptsache ihr macht es, das würde mich sehr, sehr freuen. So, dann legen wir mal los. Und zwar, meiner Meinung nach Artikel 13 ist so, dass ich Artikel 13 generell gar nicht mal so schlecht finde, außer den Uploadfilter. Also wir fangen jetzt einfach mit Artikel 13 an, warum ich Artikel 13 gar nicht mal so schlecht finde. Und zwar ist es ja so, dass YouTube eine sehr große Plattform ist und sehr viel Geld damit verdient. Also YouTube verdient sehr viel Geld mit ihrer Plattform, weil täglich sehr, sehr viele Videos hochgeladen werden. Und YouTube natürlich an jedem Video Geld verdient, wenn dieser YouTuber Werbung schalten kann. Die verdienen 50% von jedem YouTuber. Das heißt, YouTube verdient sich eigentlich sehr viel Geld, weil sie die Plattform bieten, um Videos hochzuladen. Dafür kriegt YouTube 50%, was ich jetzt schon mal unfair finde, weil YouTube eigentlich nichts an den Videos macht, außer die Plattform bieten. Also ich finde, es sollten 20% verdienen oder 25%, aber das ist jetzt mal egal. Das ist ein anderes Thema. Ja, aber ich fange mal an, dass YouTube ja Richtlinien hat, die sie einhalten sollen. Und YouTube sollte ihre eigenen Richtlinien ja einhalten und nicht immer so drehen, wie sie wollen, damit sie mehr Geld verdienen. Weil im Endeffekt geht es immer nur ums Geld und so welche Sachen. Und wir fangen jetzt mal mit den YouTube-Richtlinien an. Und als YouTube sind die Richtlinien so, dass keine Nacktheit oder sexuelle Inhalte erlaubt sind. Schädliche oder gefährliche Inhalte, hasserfüllte Inhalte oder gewalttätige oder grausame Inhalte. Und Belästigung und Cybermobbing ist nicht erlaubt. Und Spam und irreführende Metadaten und Betrug ist auch nicht erlaubt. Drohungen, Urheberrecht und Datenschutz und Identitätsdiebstahl. Schutz von Kindern und Weiterrichtlinien. So, jetzt haben wir mal die Grundrichtlinien von YouTube, die jeden Tag ignoriert werden, weil jeden Tag sehr viele Videos einfach kopiert werden und einfach wieder hochgeladen werden, re-uploaded werden. Wenn es irgendwelche IT-Videos sind, die wo Tiere gequält werden, werden auch einfach hochgeladen und geteilt. Und ja, YouTube macht Schautöne nur zu und macht gar nichts. Aber jetzt kommen wir mal zu meinem Problem. Also warum ich finde, dass Artikel 13 eigentlich gar nicht mehr so schlecht sind, ist, dass die großen Filmen sich haftbar machen, also strafbar machen, sobald jemand was hochladet, sodass eigentlich nicht den Richtlinien der EU und YouTube entspricht. Das heißt, wenn ich jetzt ein Video hochlade, wo ich meine Katze umbringe, muss YouTube dafür haftbar, die ja die Plattform dafür bieten. Also ich darf jetzt gar nicht mal zulassen, dass ich die Videos hochkomme. Das finde ich ja gar nicht mal so schlecht. Was ich aber schlecht finde, ist der Upload-Filter. Wenn der jetzt kommt mit YouTube, ist es so, dass man keine Memes hochladen kann oder wenn ich jetzt ein Bild irgendwo hochladen will auf Instagram, wo jetzt im Hintergrund irgendein Markenzeichen ist, dass das nicht mehr möglich ist, weil du ja nicht das Recht besitzt. Und ja, ich zeige dir jetzt mal ein paar Beispiele. Und zwar kennst du auch ja alle diesen Jo-Oli, der in seinen Videos ja Mädchen überrennt und sexuell belästigt, könnte man sagen. Und YouTube hat da eigentlich bis jetzt immer nur zugeschaut, bis dann endlich mal einer, also zum Glück hat das überhaupt gemacht, einen District rausgehört hat. Und zwar war das Reportagen, der einen District rausgehört hat gegen Jo-Oli, wo sehr viele wahre Sachen drin waren. Und der hat dann dazu geführt, dass ganz viele andere YouTuber darauf reagieren und Videos über Jo-Oli machen, dass der eben Mädchen belästigt und so weiter und eben so welche Schrott-Videos macht, die nicht auf YouTube vorhanden sein sollten. Und YouTube dann endlich Jo-Oli sich mal angeschaut hat, ihn dann eben wegen Community-Richtlinien gestrikt hat. Aber es ist eben traurig, dass ein Rapper, also Reportagen, darauf Aufmerksamkeit machen muss, dass Jo-Oli gesperrt werden muss. Obwohl YouTube eigentlich schon davor hätte schauen sollen, dass sowas nicht sein darf, weil es entspricht ja gegen Richtlinien. Das Problem ist, dass Jo-Oli zu dieser Zeit, ich weiß jetzt nicht genau, wie viele Abonnenten hat, aber irgendwas mit 200.000, die er gehabt hat und eben eine Reichweite hat und damit eben Klicks macht. Und sobald er Klicks macht, verdient YouTube 15% an seiner Einnahme. Das heißt, er findet damit Geld. Haben sie natürlich oben gelassen, weil es geht ums Geld und YouTube verdient daran Geld. Deswegen kann man das ja ruhig mal so lassen, weil es ja nicht so tragisch ist. So, auf jeden Fall wurden sehr viele Videos über ihn gemacht und es waren insgesamt, keine Ahnung, hunderttausende Videos, die über Jo-Oli gemacht wurden, dass er sich bitte löschen soll. Und so war es dann im Dezember soweit. Also im Jänner, im Dezember glaube ich, dass er dann endlich gelöscht wurde von YouTube, was ich sehr gut fand. Aber ich finde, YouTube hat da viel zu lang zugeschaut und sie haben es wieder so gedreht, wie sie wollen, weil sie nicht in ihren eigenen Richtlinien feststanden. So, dann kommen wir zum zweiten Video. Jeder kennt Katja Grasewitsche mit ihren Musikvideos. Sie macht sehr viele Aufrufe damit. Ich meine 24 Millionen und 16 und 24 Millionen sind aber verdammt viele Aufrufe. Und ja, da kommen wir schon zum nächsten Mysterium von YouTube. Auf jeden Fall gehören ihre Videos alle ab 16, weil das ja laut Richtlinien Nacktheit und sexuellen Inhalten entspricht. Und eigentlich müssten diese Videos laut YouTube-Richtlinien ab 16 sein, was eigentlich nicht gemacht wird. YouTube natürlich wieder daran Geld verdient. Und natürlich hat sie wahrscheinlich auch ein gutes Netzwerk, die Katja. Und somit verdient YouTube dran und zieht natürlich auch. Und es passiert gar nichts, außer dass eben viele Leute dann eben auf ihre Videos klicken. Also passiert ja auch nichts, weil eben YouTube auch daran Geld verdient. Und dass sich da natürlich sehr viele Leute reinziehen. Und jetzt kommt das Erste, was ich gesehen habe von YouTube, wo YouTube einfach nur zugeschaut hat. Und zwar hat ein YouTuber, der 35.000 Abonnenten hat, ein Katzenvideo gemacht, wo er seine eigene Katze umbringt. Und dieses Video entspricht sicher nicht den Richtlinien, weil man einfach keine Tiere oder Tierquälerei von YouTube machen kann, weil es nicht den Richtlinien entspricht. Dieses Video war 6 bis 7 Tage online und hat 9 Millionen Aufrufe gemacht. Ich weiß nicht, wie in Chile der Wert ist von Einnahmen. Auf jeden Fall hat YouTube 50%, 60% davon verdient und der andere, der Inhaber von diesem Video, 40%. Und YouTube hat einfach nur zugeschaut und einfach nichts gemacht. Da denke ich mir nur so, alles klar. Wir haben jetzt sogar 30.000 Abonnenten gemacht. Dieses Video wurde erst nach 7 Tagen runtergenommen, was man eigentlich hätte sofort unternehmen sollen. Jetzt gibt es nämlich Reuploads und so weiter. Das hätte man eigentlich alles viel früher verhindern sollen. Aber wenn man natürlich daran Geld verdient, lasst man es natürlich lieber oben. Meiner Meinung nach, wenn man sowas macht, gehört man gleich direkt weggesperrt. Und ja, dann hat er sein Statement-Video gemacht und hat nochmal zwei Millionen Aufrufe bekommen, wurde auch nicht weggestrikt. Also ich hätte den ganzen Kanal weggestrikt an YouTube-Stelle. Aber ist ja YouTube-Sache. Aber das Ärgste, was jetzt kommt, ist, dass er sich dann nochmal zwei Katzen adoptiert hat und ein Video darüber gemacht hat, wo er eigentlich sagt, dass er Katzen hasst. Jo, ich hoffe, den Katzen geht es gut. Ich hoffe auch nicht, dass er ein zweites Video macht, wo er zwei Katzen umbringt und diesen Kanal gibt bis heute noch. Da denke ich mir nur so, alles klar. Einer der Katzen umbringt auf YouTube ist okay. Das heißt, wenn das jetzt andere auch machen, weil sie damit ja Klicks und Geld verdienen, sehr gutes Vorbild, wenn das jetzt andere dann auch machen. Wenn man merkt, dass, also weil es halt funktioniert, wenn man damit Geld verdienen kann, YouTube dann nur zuschaut. Ja, also ich finde, dieser Kanal gehört natürlich weggesperrt. Und es wird auch den YouTube-Richtlinien eigentlich entsprechen. Aber ja, deswegen finde ich Artikel 13 gar nicht mal so schlecht, dass YouTube dann drangenommen wird und Strafe zahlen muss. Und was YouTube jetzt macht, ist, dass sie nicht selber haften wollen. Sie wollen nicht die Schuld auf sich schieben, weil Großunternehmer das nie wollen, sondern sie wollen es lieber auf die Creator ziehen, weil die ja Schuld sind, was sie hochladen. Aber YouTube lässt es zu. Das heißt, YouTube hetzt gerade auf, dass man eigentlich sie unterstützt, so wie sie das gerade machen mit ihren Richtlinien, weil sie ist ja ein privates Unternehmen. Und ein privates Unternehmen kann ja eigentlich machen, was sie wollen. Und ja, das heißt, man unterstützt mit dieser Aktion eigentlich jede Plattform, die eigentlich gar nicht mal so gut ist, weil sie, jede Plattform verdient ja eigentlich sehr viel, gell. Ich meine, YouTube ist eine sehr tolle Plattform, wo man die Möglichkeit hat, Sachen hochzuladen, aber die eigentlich macht, was sie will. Wenn sie daran profitiert, verdient sie, gell, lasst es wieder länger online. Sie sperrt jetzt nicht alles weg, sondern sie sperren es so weg, wie es passt und manchmal sperren sie einfach Sachen weg, die gar keinem, wo gar nichts ist. Aber sie machen es trotzdem, weil sie dieser Person schaden wollen. Also einer kennt sicher Moist, den YouTuber, der wurde schon oft einfach grundlos weggestrikt, nur weil er seine Meinung geäußert hat oder was gesagt hat, was eigentlich den Richtlinien entspricht. Und ja, wie gesagt, deswegen finde ich gar nicht mehr so schlecht, dass diese großen Filme drangenommen werden und dafür eigentlich Geld zahlen müssen, wenn so Videos auftauchen. Und ja, was ich jetzt natürlich scheiße finde in Artikel 13, ist der Upload-Filter, weil er nicht mehr auseinanderscheiden kann, ob das jetzt ein Meme ist oder ein Bild, wo man selber drauf ist. Aber im Hintergrund ist jetzt irgendein Markenzeichen drauf, dass er das dann trotzdem wegstrackt und dass man das nicht mehr hochladen kann. Das finde ich natürlich nicht gut, weil es natürlich an Zensur grenzt und eigentlich schon ist. Deswegen werde ich trotzdem selber unterschreiben, also meinen EU-Abgeordneten schreiben. Ich komme aus Österreich, in Deutschland, das kann man sicher googeln, wie man das schreiben soll, als EU-Abgeordneten. Ihr wisst ja, was ich meine, dass ich gegen den Upload-Filter natürlich auch gegen Artikel 13 bin. Aber ich wollte jetzt einfach nur meine Meinung dazu sagen. Ich glaube eher, dass es so kommen wird, wie Christian Solmecke gesagt hat, also die Anwaltkanzlei in Deutschland, dass es so sein wird, dass man sich dann wahrscheinlich mit seinem Ausweis registrieren muss für den YouTube-Kanal, dass man dann eben selber haftet. Wenn man jetzt irgendwie gegen diese EU-Richtlinien sich daran nicht haltet oder halt eben YouTube-Richtlinien. Und somit hat sich YouTube wieder aus der Schuld geredet und somit haftet YouTube nicht und können weiter ihr Geld so verdienen, wie sie es jetzt gerade machen. Und indem sie einfach Videos oben lassen. Das war jetzt mal meine Meinung zu diesem Videos. Ich habe natürlich gerne die anderen Videos ab von Moist, der hat auch ein Video dazu gemacht und Christian Solmecke und dann noch eins, weil sie dann dort vorbeischauen. Und wie gesagt, das war jetzt meine Meinung, die sich natürlich jederzeit ändern kann, aber so sehe ich das, dass eben die Großunternehmen sehr viel Geld damit machen. Deswegen finde ich Artikel 13 gar nicht mal so schlecht, nur die Umsetzung ist eigentlich absolut scheiße, also mit dem Upload-Filter und so. Wir wollen mal schauen, wie sich das entwickelt. Teilt das Video gerne mit deinen Freunden und ja, schreibt gerne eure Meinung in die Kommentare. Und wir sagen, haut rein und bildet euch natürlich eure eigene Meinung über dieses Thema und lasst euch jetzt nicht unterkriegen. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.